Yo Leute Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen zu einem ganz kurzen Ankündigungsvideo für einen Livestream. Ja, ihr habt richtig gehört, heute um 18 Uhr gibt's einen Livestream und zwar direkt einen ganz besonderen, nebensamt dem Ahrensburg-Alex, der ist nämlich heute bei mir zu Hause. Wir werden zusammen FIFA 15 Ultimate Team spielen, Packs öffnen wahrscheinlich, alles mit hier drum und dran. Und das Ganze findet bei mir auf dem Twitch-Kanal statt, nach langer Zeit mal wieder, auf twitch.tv slash Palmas, also nicht Heimlich-Veter-Gaming, nur Palmas. Und alle weiteren Infos findet ihr auch unten in der Videobeschreibung. Wie gesagt, 18 Uhr geht's los, ich sag schon von vornherein, das ist ein Open End, da der Alex über Nacht hier bleibt, wird bestimmt auf jeden Fall lustig. Ja, ich hoffe, viele von euch zu sehen und ja, bis heute Abend, bis nachher kann man schon was sagen. Wir freuen uns, haut rein, ich bin's, euer Palmas.